Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 18. Juli 2021. Jeder mag gern Schokoladenkuchen. Jetzt gibt es auch die Möglichkeit der Herstellung im eigenen Zuhause. Eine Karamellcreme und ein Kaviar sind alles, was du brauchst. Diese einfach in den Spezialbehälter tun und einschalten. Drei Minuten warten und heraus kommt ein warmer Schokoladenkuchen frisch auf die Hand. Dieser Schokoladenkuchenmacher eignet sich perfekt, um mal schnell ein paar Snacks für Gäste zuzubereiten. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ihr wollt mich auf den Arm nehmen, oder? Frieden für alle Nationen. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Erkan Erkonüx. Der 18. Juli war das Sendendatum dieser Mi-Nachrichten.